Ihr müsst mir mal Vorschläge machen, was ich für Videos machen soll. Nee, das ist sowas für mich eklig. Weil irgendwie sind alle Videos k***l, die ich einfach mache. Ich versteh's nicht. Was würdest du sagen, wenn du ein Kind hast, das Energy trinkt und du ihn erwischt? Ich würde ihm sagen... Und deswegen sollt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ich mal für Videos machen soll. Also entweder irgendwas mit Minecraft oder so. Oder mit Roblox oder Final Fantasy 30. Es wird immer... Keine Ahnung. Aber einfach in die Kommentare schreiben, was ihr cool finden wollt.